Oh, yeah, der Rucksack Heiko, der ist spazieren gegangen und da war eine Mülltonne, der Rucksack Heiko wurde richtig geil, der ist zu der Mülltonne hingegangen und hat die Mülltonne den Deckel aufgemacht und ist in der Mülltonne reingeklettert, ja, die Mülltonne, die Mülltonne ist so geil, Mülltonne! Ja, der Rucksack Heiko, diese Mülltonne, der Rucksack Heiko ist aus der Mülltonne wieder rausgekommen und da hat ein Glas Gewürzkuchen, naja, dieses Glas Gewürzkuchen hat er in der Mülltonne gefunden! Hä, der hat einfach ein Glas Gewürzkuchen in der Mülltonne gefunden und die Gewürzkuchen, die sehen auch gut aus, deswegen hat er das Glas aufgeschraubt und hat sie in der Gewürzkuchen rausgeholt und hat die Gewürzkuchen gegessen und die Gewürzkuchen, die hat doch richtig gut geschmeckt! So hat er das ganze Glas gleich aufgefressen und der Rucksack Heiko fragt sich bloß, wie kann man bitteschön ein Glas Gewürzkuchen wegschmeißen? Wie geht das, Alter? Gewürzgurke!